Willkommen bei der Retro Classics Bavaria 2021. Dieses Wochenende findet die größte nordbayerische Oldtimer-Messe wieder hier im Messezentrum Nürnberg statt. Wir stehen hier auf der Sonderausstellung BMW 507 auf der IAA. Der 507, einer der zweifelsohne schönsten Autos weltweit, ist hier erstmalig in Nürnberg offiziell präsentiert. Die ganzen Autos, wir haben versucht das Display der IAA 55 in Frankfurt darzustellen mit den ganzen Exponaten. Einmalig und nie mehr wird diese Ausstellung in Nürnberg sein. Hinter uns auf der anderen Seite des Standes ist die BMW Motorsport Ausstellung. BMW Motorsport von 1938 bis 2003. Der berühmte 328er, einer der wenigen Millimilia-Sieger als Coupé, die es überhaupt gab als nicht-italienische Autos. Und spannende Bandweite von BMW 700, 202, GS Racing, Schnitzer Autos bis zum Jahr 2003. Liebe Freunde, kommt zur Retro Classics Bavaria. Ihr werdet diese Ausstellung nie mehr sehen. Wir haben hier drei Hallen, Vollexponaten, voll besonderen Autos. Also es lohnt sich auf alle Fälle dieses Wochenende zur Retro Classics Bavaria zu kommen.